Die Union nimmt sich, was sie will. Eine Einheit wird angegriffen. Lange heute wird es nicht mehr raus. Sie sind immer noch da. Vernahm sie. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir sind getroffen, oder? Als Kind wollte ich immer mit Torberos auf der Wiener schießen. Diese Bank ist hier mit Eigentum des sowjetischen Premierministers. Verfolgen. Wir sind der Schrecken aus der Tiefe. So viel Druck. Schickt sie in den Abgrund. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, da wollte ich sowieso hin. Agula. Okay. Ein coole Oboot dürfte ich theoretisch sogar selber bauen. Feindliche Einheiten entdeckt. Kein Problem. Herr mit eurem Geld. Ich sag's nicht nochmal. Was gibt's? Das könnte nützlich sein. Wir lauern unter Wasser. Droppt hier was? Seht ihr etwas? Sonarpeilung. Feindliche Stiftung weg. Neue Koordinaten. Droppt hier was? Das sehen ich aus den Augen. Krankenhaus erobert. Feindlichere Ingenieure entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Versenkt sie. Beobachtungsposten erobert. Ich weiß, ich weiß. Eine Chronosphäre wurde aktiviert. Los mal los. Einheit zu lohnen. Bleibt an ihn dran, Männer. Magnet-Satellit bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Fliegt das Leck. Schiegt sie in den Abgrund. Wir jagen sie. In der Acula Oboe sind zwar fast weg, aber dafür haben sie jetzt inzwischen fast die ganze Base aufgeräumt. Das ist gut. Feindliche Einheiten entdeckt. Wir sind der Schrecken aus der Tiefe. Wir bleiben unten. Männer, neue Koordinaten. Feuer! Ich gehe dann auch schon mal Richtung Land-Exportion. Seinliche Ingenieure entdeckt. Sonnabteilung. Verdammt sie! Wer hat uns? Vorwärts. Eine Einheit wird angegriffen. Ich weiß, ich weiß. So, Sebasis ist aufgeräumt. Holger voraus. Mit den vier Acula Obooten können wir hier immer noch zwei leben. Psst, heiße. Nicht mehr mit wirklich viel Leben, aber sie leben noch. Spulen bereit. Klettern wir nach Land. Ach, die Hammerpanzer sind so toll. Feindliche Einheiten entdeckt. Außerdem besorge ich mir jetzt auch gleich mal in Fahrt. Wird gebaut. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich verstärke deine Stützpunktverzeihigung auch mal. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Systeme bereit. Hatte ich gerade noch kein Geld gehabt. Herr mit eurem Geld, ihr kapitalistischen Heuchler. Chronosphäre bereit. Sie sagen, wir haben die Alliierten einen Flugzeugträger in den See gekriegt. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit. Hammer ist eins. Haben wir schon wieder einen Flugzeugträger da drin. Hört ihr das? Bau abgeschlossen. Hinterher. Eine Einheit wird angegriffen. Welches hat deine Trachtträger? Beim Bär. Wir sind geschrecken aus der Tiefe. Wir folgen. Wir lauern unter Wasser. Will jemand eine Tracht prügel? Lass sie nicht aus den Augen. Jetzt. Achtung, deine Stoffe werden antwortet. Oh, ich hab den Flugzeugträger schon kaputt geschossen. Wir sehen, ob er das beschädigt hat. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Der Flugzeugträger ist ja voll eingeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Will jemand eine Tracht prügel? Unser Verbündeter wird angegriffen. Ausbildung. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Will jemand eine Tracht prügel? Jetzt kommt der falsche Ingenieur. Jetzt kommt der falsche Ingenieur. Wir sehen uns auf Prügel. Mischen wir sie auf. Feindliche Einheiten entdeckt. Hammer ist einsatzbereit. Hammer ist einsatzbereit. Stingray, wir sehen, was passiert. 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 Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Supermagnetischer Satellit bereit. Könnte nützlich sein. Ich bin bereit. Sehen wir es doch. Spulen bereit machen. Yeah. Fahrwerk aktiviert. Kronosphäre bereit. Warnung. Eine Kronosphäre wurde aktiviert. Ziel wählen. Da kommt eine Athena-Kanone auf uns zu. Feindliche Einheiten entdeckt. Wo? Energiezufuhr. Könntest du die Athena-Kanone wieder klauen vielleicht? Wie geht's das mal? Eine Einheit wird angegriffen. Ja. Hab ich gerade. Okay, sehr schön. Dann kannst du den Spektrum zum da oben vielleicht mal kaputt schießen. Ich bin bereit. Es geht los. Beobachtungsposten erobert. Kaputt. Vollgas. Da kommt Spektrum. Stillhalten. Rausreißen. Eine Einheit wird angegriffen. Gib Gas. Wie sie wünschen. Gib Gas. Der Spektrum ist schon weg, oder? Ja. Passt. Komm, John. Dann können wir ja jetzt langsam in ihre Base kommen. Wie sie wünschen. Feindliche Einheiten entdeckt. Da. Römerzeit. Unser Verbündeter hat angegriffen. Wir sehen uns um. Wie sie wünschen. Kümmern wir uns darum. Ein Einheit wird angegriffen. Kommt schon. Fahren wir los. Römerzeit. Wir sehen uns um. Ziele wählen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Wird gebaut. Mischen wir sie auf. Kaum hat man mal ein paar anständige Panzer schon, wie sie da ist. Schüttelt ihn durch. Neutral. Ha! Wieso doldet die Schweiz einen alliierten Militärstützpunkt? Voll Gas. Ich wisse den Vertrieb erfahre. Wie sie blödschen. Werse hin und zum. Welchem hat eine Trachtregel? In Ordnung. Rausreißen. Welchem hat eine Trachtregel? Schüttelt ihn durch. Wollen wir das Sekundärsteil erreicht? Ja, ne? Ich habe es jetzt für das keine gelben Außenbezeichen mehr irgendwo. Ja, das mit dem Spektrum-Punk, also mit dem Panzer, die Elten haben wir gemacht. Die Antenakanonen. Antenakanonen zu klauen ist wirklich cool. Vor allem, weil es die präzifesten Artrillerie-Waffen sind. Einheit verloren. Einheit verloren? Oh, verdammt das. Stich für den Flugzeugträger. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Die klaue ich mir nochmal mit meinem Satellit. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird gebaut. Will jemand eine Trachtregel? Ich bin ihr Genosse. Heldung, bereit. Warum hast du eigentlich alle drinnen als Panzer auf Sekundärfeuerwaffe? Will jemand werfe hin und suchen? Es geht los. Hier habe ich einfach alle umgestellt. Was haben wir denn hier? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Komisch, die wird immer nicht anwohnen, wenn ich ansatzreichere fände. Hast du schon? Ja, ja, ich habe schon zwei Entschuldigungen. Aber eh. Oh, ich glaube, mein Antenapanzer ist dreimal befördert. Welcher hat eine Trachtregel? Der hat eine Trachtregel? Der hat eine Trachtregel. Ich bin wunders. Wo ist der Ingenieur? Da ist der Ingenieur. Hat jemand eine Milch hier hat eine Trachtregel? Was ist der andere Ingenieur? Das ist ein Problem für jemanden wie mich. Du könntest theoretisch da einen Bauhof nehmen und da oben die zwei Raffinerien hier schnappen. Mein Bauhof ist ein bisschen zu weit weg. Soll ich irgendwas machen? Wird gebaut. Ihr Hammer. Ich habe 24 Hammerpanzer. Wie Sie wünschen. Das reicht eine Zeit lang, würde ich sagen. Voll Gas. Bevor wir das letzte Primärziel da hinten zerstören, würde ich sagen, reißen wir uns noch alles unter den Nagel, was hier steht. Das auf jeden Fall. Dein Bauhof ist schon unterwegs. Jep. Kapitalistin Schweine. Finanziert mit eurem Geld die glorreiche Revolution. Chronosphäre bereit. Wir haben schon wieder eure Chronosphäre. Der aktiviert. Komm her. Eine Einheit wird angepänt. In Ordnung. Gib Gas. Mal kriegen wir den. Wer da. Kinderstil. Stell in blöden Freundchen. Hier. Der fährt so da nicht. Ich lache mich. Dies ist dran. Wow. Okay. Dann wollen wir mal erstmal noch. Irgendwo muss noch ein Ingenieur von mir unterwegs sein, oder? Oder habe ich den irgendwo verloren? Ich glaube, den habe ich irgendwo verloren. Ich bin zwei Akula-Obooten, wir leben immer noch. Ich glaube, wenn wir das Einsatzziel erweitern, dann können wir einfach so drüber rollen. Äh, nicht ganz. Die haben da einen Haufen-Spektrum-Türme in ihrer Base stehen. Rämmer ist einsatzbereit. Aber wir können einiges ausrichten mit dem, was wir hier haben. Du hast die zwei Affenadien geholt, oder? Ich bin hier. Ja, sind's. Gut, dann, ich habe mehr Banken und du hast, oder? Oder wie viele Banken hast du? Könnte nützlich sein. Ich habe zwei. Feindliches Gebäude erhundert. Ich glaube, ich habe drei Banken. So viel Geld. Oh, damit können wir uns alles kaufen. Ja, ich habe drei Banken. Du hast dafür zwei Raffinerien mehr. Sehe ich ja schon automatisch, wenn ich auf der Map gucke. Ja, ich habe auch noch einen Haufen. Das ist einer von... Zwei von denen sind Beobachtungsposten von den Sachen, die ich habe. Und... Äh, ein Krankenhaus habe ich außerdem. Und ich mache jetzt mal unser Primärziel hier noch kaputt, bevor die nächste Chronosphäre kommt. Ja, mach mal. Ich suche gerade die ganze Zeit nach dem Panzer mit dem, ähm, Athena-Kanonenteil. Ach da. Soll ich jetzt mal separat einsetzen? Vielleicht habe ich ihr Können ja doch etwas unterschätzt. Soll ich lehne mich ein, nach der anderen ausschalten? Haben Sie vor, gegen den Feind zu kämpfen, Kommandant? Oder verkriechen Sie sich nur in Ihrem Stützpunkt? Ich schätze, alles bleibt an mir hängen. Oh. General Kukow ist eingetroffen und wird den Angriff auf das alliierte Hauptquartier koordinieren. Sie haben jetzt Zugriff auf V4-Raketenwerfer. Nutzen Sie Ihre enorme Reichweite. Schlachtfeld erweitert. Feindliche Einheit in den Enteckt. Die haben mir jetzt zwei V4-Raketenwerfer-Krieger geschenkt. Ganze zwei Stück. Ach, ich habe kein Kriegslabor. Ich könnte mir auch jemand gesagt haben, dass ich sowas noch gar nicht gebaut habe. Es geht los. Jetzt habe ich es aber auch nicht gebraucht. Ich bin hier, Genosse. So. Wir haben auch keine Artokale, das ist so ganz klar, ne? Nee, die ging mir sehr, sehr schnell. Eine Artokale-Sphäre wurde aktiviert. Eine Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Einheit verloren. Ah, was zum... Wer sehen uns so? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ich sehe sie noch nicht, aber sie sind da, die Athena-Vanonen. Die Norden. Die nächste Spektrum-Turm. Ziel wählen. Ich schmeißt den in der Zahne, aber das Halbeschüsse in die Kraftwerke reint. Eine Einheit wird angegriffen. Da! Wie heißt Systeme online? Viel Erfassung! Ich versorge doch... Warum ist deine Konostäre so schleifst und beteiligt? Ach, warum ist denn nochmal so eine Athena-Panone? Meine Athena-Kanone-Schrott. Ach, ich hab schon! Hey, komm her! Wer sehen uns so? Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Kümmert wir uns darum. Gebt both. Stehenbleiben, Freundchen. Ich dachte, die haben keinen Strom mehr. Was sagst du denn? Jetzt haben sie wieder. Jetzt haben sie wieder. Feindlichere Ingenieure entdeckt. Der letzte Spektrum-Turm, den ich so gut gemacht habe, der hat sie wieder rausgerissen. Kümmert wir uns darum. Da! Wir sehen uns um. Heimerzeit. Ich hab doch gesagt, wir wollen da einfach drüber. Wir werden einfach ein bisschen zu nieder. Ja. Ja. Einheit verloren. Ja, noch Strom. Dann baut er ebenfalls da noch nen Athena-Kanon. Äh, äh, Schwurm. Erstmal die Kraftwerke ausschalten. Eine Einheit wird angegriffen. Kinderspiel. Auf dem Grund des Sees richtet ihr Flugzeugträger nicht viel aus. Alle Kraftwerke ist kaputt. Ja. Ja. Heimerzeit. Da war ich doch nichts dafür, dass er so viele Verteidigungen hat. Hehehe. Wer da? Kinderspiel. Heimerzeit. Wir nehmen das. So, jetzt. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Oder aufwarten Sie noch, Kommandant. Wollen Sie immer noch angreifen? Also wenn ja, der Zeitpunkt wäre jetzt da. Ich weiß nicht, was der Krukow hat. Wir sind mitten in der feindlichen Basis. Stechen Sie! Einen Schatze! Orbital Shower bereit. Aufstehen! Da! Ich hab wieder eine Einheit. Einen Anahme. Da sehen Sie sich Ihre mickrige Armee an. Zum weinen, Freunde! Ihr solltet mir mehr Respekt erweisen. Und euch zurückziehen! und wieder habe ich meinem russland den sieg gesichert lassen sie gut auf mein freund vielleicht schaffen sie es dann das nächste mal ohne mich alles ist doch machbar vermute ich das war nicht unsere letzte begegnung und das nächste mal wird ihr general nicht da sein um sie zu retten ist doch gar nicht so schlimm auf schwer ja auch noch die tutorial die sowjetkampagne ist die tutorialkampagne die fängt erst in mission 7 richtig an du hast gemeint dass wir heute gewesen ja okay dann beenden wir hier jetzt erstmal die aufnahme und wir machen dann beim nächsten mal weiter ich weiß jetzt gar nicht wie lange wir aufgenommen haben die sind es dann beim nächsten mal macht's gut bis dann tschüss